This could be us, so back to what I was saying This could be us Ja, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Beschwörungsvideo Ich war auf der Jagd nach einem interessanten Held, der neu ist Und ich sag euch gleich, das ist übel mit dem Jagen derzeit, ohne Spaß Futter, Ausgeben des Todes und die Gegner einfach nur noch brutal Also es wird jetzt in der Zukunft sehr schwierig für mich Das heißt nicht, dass ich das hier abbreche oder aufhöre Aber es ist wirklich krass geworden mit den Doppelbreaks Naja gut, es geht um Meeresank Die ist hier schon Limit Broken Ja, Gelber Held Derzeitige Meta ist ja mehr oder weniger gelb Teilweise auch lila mit Aramis Ähm, es schwankt so ein bisschen hin und her So, sie ist Droide Ja, das ist schon mal in Ordnung Es können also Minions spawnen Gehört zur Sonnenfamilie Ähm, ja Ein bis zwei Helden 50 bis 75%ige Chance Minus 35% Genauigkeit für zwei Runden Und 196 Brandschaden für zwei Runden auf einen Gegner zu wirken Ähm, der diesem Charakter Schaden mit einer Spezialfähigkeit zufügt Okay Das kann schon mal nervig sein Ja, das kann deine Resultation Ähm In die Tonne kloppen Ja Minus 35% ist jetzt nicht unbedingt wenig Aber auch nicht sehr viel Ähm Wenn die Spezialfähigkeit des Gegners diesen Charakter besiegt Ist die Chance 75 bis 100% Okay Wir kennen das ja alle schon Der Familienbonus ist ja schon alt, ne Passive Fähigkeit 60%ige Chance Ähm Die folgenden Aktionen auszuführen Wenn dieser Charakter seine Spezialfähigkeit verwendet Verursache 70% Schaden bei allen Gegnern Alle Gegner allein 270 Sandschaden über drei Züge Okay Das ist ja schön Beide Familienbonus und passive Fähigkeit Ähm Können Schaden verursachen Ist schon mal nicht schlecht Dann Ja 904 Angriff 1038 Verteidigung 1789 Leben Im ersten Break Was gut ist Das ist so der Standard, ne Für die ganzen neuen Helden Da sind die Werte relativ Ähm Gleich, sag ich mal Okay Okay Mittel schneller hält Äh Ist in Ordnung für einen Tank Ja Weil er steht in der Mitte Kriegt sowieso alles ab Ist also Meistens Der Erste Oder die Erste Die dann tatsächlich auslöst, ne Ist ja klar Weil man hat sie in die Mitte gestellt Ähm Ja Verursache 130% Schaden Bei allen Gegnern Ist jetzt nicht viel, ne Immerhin etwas Je mehr Mana die Gegner haben Desto mehr Schaden nehmen sie Bis zu 250% Okay Das ist schon mal Was Schönes Ja Ein Tank der Schaden Verursacht Ist also nicht ganz Ungefährlich Und je mehr Mana Man Ähm Sammelt Desto mehr Schaden Bekommst du auch Ist jetzt aber auch Nicht Die Welt Wenn du dir Andere Helden anguckst Wie Die Queen Ja Die ist auch mittelschnell Die haut 330% Schaden raus Ja Dennoch Musst du halt Steine Spielen Deine Mana sammeln Damit du Irgendwem Wegbomben kannst Ne Und dann Ist sie halt da Und ballert dir nochmal Eine mehr rein Aber jetzt kommen wir Auch tatsächlich zum Nervigen Aspekt Von diesem Helden Oder dieser Heldin Ja Reduziere das Mana Aller Gegner Um 20% Also Das ist stark Das ist wirklich stark Wir kennen das Alle In der Sekunde Wo ein Held Dir 20% Mana Gegeben hat War der Mehr oder weniger OP Das kann man so sagen Jetzt haben wir Den umgedrehten Faktor Sie zieht mir 20% Mana Ab Und das Ist viel Das ist Das ist viel Und als wäre Das nicht genug Ja Kommt noch ein Weiterer Effekt Hinzu Alle Gegner Erhalten Minus 14% Mana Regeneration Für 3 Züge Also Dann kannst du Deine Helden Nicht mal mehr Aufladen Du hattest jetzt Deine Helden Voll Scheiße Eine Kombo Ist passiert Jo Wir haben da reingespielt Sie löst aus Jo Alles klar Das bedeutet Ich bekomme Hohen Schaden Bis zu 250% Ja Weil meine Helden Alle vollgeladen sind Oder mein Dreier Stack Wie auch immer Dann wird mit 20% Mana Abgezogen Dann bin ich Wieder bei 80% Und dann habe ich Noch diese Minus 14% Mana Regeneration Dann kannst du Ich weiß nicht mal Ob du dann noch Mit einem Match Deinen Helden Laden kannst Wir kennen das ja alle Von der Zauberer Klasse Die machen auch einen Debuff Die machen auch einen Debuff Gut Gucken wir uns Das Ganze mal an Sie ist hier Ja doch Sie ist als Tank gestellt Mit Aramis Zusammen Wir können uns mal Eben die Werte Angucken 1102 Angriff 1204 Verteidigung Mit der maximalen Truppe Und das ist gut Okay Wir wollen sie ja Kontrolliert auslösen Lassen Wir wollen gucken Wie ihre Attacke Aussieht Ich habe das alles Selber noch nicht Gesehen So Wir haben Unser Match Hier haben wir Auch den Mana Regenerations Debuff Nur dass Aramis gerade Minus 50% bekommt Von Meinem Alu Card Oder Daio Das kann Das kann ich euch Jetzt nicht Sagen So Aramis können wir Jetzt gleich Raushauen Spielen wir mal Hier rein Mal eben Okay Dann können wir Die Seite Tatsächlich Kontrolliert Weghauen Ich überlege Gerade Wie ich das Am besten Mache Eigentlich will ich Nur die Rechte Seite Weg haben Das ist nämlich Die Ah ne Ich will auch Das Hippo Eigentlich Weg Haben Ist natürlich Jetzt Ne Komm her Wir machen Das so Wir hauen die Rechte Seite Weg Dann sind wir Schon mal Auf der Sicheren Seite So Dann sind Die schon mal Weg So jetzt Habe ich Eine vierer Reihe Lila Ich gucke Gerade Ob ich Tatsächlich Irgendwie Noch Lila Andersweitig Zusammen Bekommen Kann Aber wenn Ich jetzt Die Lila Reihe Spiele Dann Sollten Die Genug Schaden Bekommen Dann Sehen Wir Das mal Wie viel Schaden Das Tatsächlich Ist Bei vollen Helden So Zwei Helden Sind Komplett Voll Und Annabelle Ist kurz Davor Wir werden Jetzt 20 Prozent Mana Verlieren Und Dann Sehen wir Mal Den Schaden Den Sie Tatsächlich Macht Sie Sie Müsste Dann Ja 250 Prozent Machen Weil Das ist Ja Das Maximale Das Ist ja Das Maximale Was ich Haben Kann Ich kann Ja nie 100 Prozent Mit Ihr haben Das geht Ja gar Nicht Weil Sie ja Selber 20 Prozent Abzieht Ne Warte mal Das tut sie erst Danach Ne Okay Also sie macht Jetzt 250 Prozent Schaden Auf Alucard Und Dio Can Und Dann Zieht Sie Mir 20 Prozent Mana Ab Muss Ja so Sein In der Reihenfolge Okay Gucken Wir uns Das An Aha Oh Das Sieht Cool Aus Ja Ja 403 War Das Auf Dio Can Und 400 Irgendwas Auf Alucard Ich Müsste Mir Im Replay Angucken Wie viel Sie Dann Auf Mariana Gemacht Hat Oder Thetis Das Könnt Ihr Euch Auch Selber Angucken Indem Ihr Pause Macht Und Zurückspult Aber Ich will Das Natürlich Dann Auch Nochmal Sehen Sandschaden Habe Ich Jetzt Nicht Abbekommen 330 Sandschaden Über Drei Züge Den Habe Ich Jetzt Nicht Abbekommen Das War Eine 60 Prozentige Chance So Minus 14 Prozent Jetzt Wäre Natürlich Geil Wenn Ich Hier Mal Match Ghosten Könnte Da Sind Zwei Steine Die Ich Ghosten Kann Kriege Ich Jetzt Mit Zwei Gehost Steine Steine Meine Annabelle Und Dio Chant Voll Das Ist Jetzt Die Frage Das Es Sind Ja Praktisch Vier Steine Die Ich Irgendwo Reinspiele Nur Die Zwei Gegoasteten Also Insgesamt Wären Das Fünf Steine Das Hippo Löst Leider Auch Aus Naja Gut Gucken Wir Mal Okay Sind Voll So Ich Muss Jetzt Aber Auch Heilen Ein Zug Ein Zug Habe Ich Den Debuff Noch Alles Klar Spielen Wir Mal Sein Mit Irgendeiner Farbe So Sie Löst Gleich Wieder Aus Was Ja Gut Ist Aber Vorher Will Ich Noch Heilen So Gucken Wir Das Ganze Nochmal An Die Dürfte Ja Eigentlich Nicht Sterben Oh Shit Das Ein Rotter Stein Kurz Schock Bekommen Ja Okay Es Ist Nicht Die Welt Es Ist Nicht Die Welt Was Sie An Schaden Raushaut Das Sollte Ihnen Klar Sein Ob Sie Jetzt Wirklich Ob Sie Jetzt Wirklich Die Meta Ändert Das Weiß Ich Nicht Weil Jove Anne Ogima Die Sind Alle Schnell Und Hauen Wirklich Sein Wie gesagt Es Ist Nervig Jetzt Ne Denn So Einfach Mal gucken Wie viel Mana Ich bekomme Durch Diesen Stein Jetzt Hier Ja Das Hat Auch Gereicht Minus 14% Ist Jetzt Nicht Die Welt Also Ein Gegoasteter Stein Sind Zwei Steine Zwei Steine Haben Gereicht Und Man Kann Sich Man Kann Sich Halt Auch Disbellen Ich Kann Es Jetzt Einfach Mal Disbellen So Alles Klar Ich Kann Sie Nicht Angreifen Aber Vielleicht Können Wir Sie Ja Nochmal Auslösen Lassen Nein Alter Die ganzen Steine Sind Unter Ihr Gut Dann Spiel Ich Ghost Ich Ich Ghost Oder Spiele In Das Hippo Eins Von Beiden So Ein Letztes Mal Machen Wir Das Jetzt Indem Ich Lila Einfach Spiele Da Darf Ja Nichts Passieren Bastet Löst Aus Das Ist In Ordnung Ich Heile Mich Wir Wir Haben Jetzt Ein gutes Mittelmaß 60% Mana Auf Drei Circa 50-60% Und Alucard Volles Mana Dann können wir uns das hier nochmal angucken Ja Okay Also Mehr als 450 Sehe ich Dann nicht Bei Vollem Mana Bei Vollem Mana Es Ist Definitiv Definitiv Eine Alternative Wer Keinen Guten Game Tank Hat Oder So Würde Ich Auf Jeden Fall Leveln Würde Ich Auf Jeden Fall Leveln Aber Das Ist Jetzt Das Ist Jetzt Kein Killer Das Ist Jetzt Auf Jeden Fall Kein Killer Das Würde Ich Nicht Sagen Weil Es Ist Wirklich Nur Das Mana Dass Dass Ein Ja Abwackt Was ich Mir Vorstellen Kann Was ich Mir Tatsächlich Noch Vorstellen Kann Ist Wenn Man Das Macht Man Ja Jetzt Auch Schon Drei Gelbe Stellen Oder Keine Ahnung Vier Gelbe Oder Was Ich Im Krieg Meistens Drei Gelbe Ja Was Ich Mir Jetzt Vor Vorstellen Kann Ist Dass Man Tatsächlich Gineve Auspackt Und Auch Aufstellt Weil Wenn Ich Das Richtig Weiß Macht Die Auch Minus 20 Prozent Mana Und Wir Alle Wissen Diesen Monat Nächste Woche Also Kommt Gineves Kostüm Raus Ich Habe Gineves Kostüm Noch Nicht Angeguckt Ich Habe Keine Ahnung Was Kostüm Macht Aber Das Könnte Bedeuten Ähm Dass sie Wieder Ausgepackt Wird Und Dass sie Wiederspielbar Ist Tatsächlich Denn Du Stellst Drei Gelbe Auf Alles Klar Du Gehst Natürlich Mit Lila Rein Im Idealfall Und Was Macht Gineve Die Schützt Vor Schattenhelden Ich Ich weiß Ich weiß nicht Wie groß Der Effekt Ist Keine Ahnung 50% Mehr Verteidigung Gegen Schatten Oder 54% Irgendwie So eine Scheiße War das Müsste ich Selber Nachgucken Weiß ich Jetzt Echt Nicht Aber Das Wäre So eine Kombination Dann Hättest du Sogar Zwei Helden Oder Dann Hättest du Sogar 40% Die Dir Abgezogen Werden Und Dann Den Debuff Ich weiß Nicht Alter Ich Weiß Nicht Ob Du Dann Noch ein Comeback Starten Kannst Keine Ahnung Das ist Jetzt Alles Spekulation Ähm Ja Das ist Das Einzige Was mir So einfällt Gerade Das Schießt Mir So Durch Den Kopf Wie gesagt Ich Weiß Nicht Wie Realistisch Das Ist Aber Es fällt Mir Sonst Auch Kein Hält Ein Ähm Der Tatsächlich Minus 20% Mana Macht Also Wüsste ich Jetzt Tatsächlich Nicht Keine Ahnung Ähm Ja Gibt es Sonst Noch Was Zu Ihr Zu Sagen Sie Ist Definitiv Kein Schlechter Held Das Würde Ich So Nicht Sagen Aber Für Die Offensive Nein Weiß Nicht Also Da Gibt Es Wirklich Viele Helden Die Sehr Sehr Viel Besser Sind Vor allem Weil Das Ist Einfach Zu Wenig Schaden Für einen Mittelschnellen Helden Wie Ich Eben Schon Sagte Die Queen Die Macht Viel Mehr Die Macht Ja Die Macht Ja Und ist Mittelschnell Ja Ogima Sehr Schnell Sehr Schnell Sag Ich Schnell Jove Anne Das Sind Alles Gelbe Zerstörer Also Offensiv Auf Keinen Fall Defensiv Ja Defensiv Okay Aber Das sollte man Jetzt nicht Zu sehr Hypen Hier Ihr Konntet Es Selber Sehen Und Ja Ich hoffe Ich konnte Euch Helfen Wie gesagt Gineve Und Meeresang Zusammen Das ist Schon Eine Andere Geschichte In der Verteidigung Tatsächlich Weil Das wäre 40% Mana Ja Wie gesagt Ich hoffe Ich konnte Euch Helfen Ansonsten Kann ich nochmal eben Schnell Den Monster Island Score zeigen Da habe ich Oder wir Haben da sehr gut Abgeschnitten Obwohl Hier kann ich das Auch mal eben Zeigen Ich habe es Aktiv Gespielt Andere Auch Ich bin Fünfter geworden Ja Ist irrelevant Ob ich den Loot jetzt Einblende Oder nicht Weiß ich noch Nicht Wir sind 39 geworden Hat richtig Bock Gemacht Sag ich Ganz ehrlich Das war Teamplay Das hat wirklich Spaß Gemacht Ja Wahrscheinlich Ein kurzer Wink Wahrscheinlich Werden wir Beschwören Ich habe Hier noch Nichts Gekauft Werde auch Nichts Kaufen Ich habe Selber Noch 3500 Münzen Jetzt Die Anderen Angebote Sind noch Nicht Mal Raus Also Mal Gucken Ja Danke Fürs Zuschauen Viel Glück Beim Beschwören Falls ihr Beschwören Wollt Und Bis Zum Nächsten Video Bis zum